So, und damit herzlich willkommen zurück. Wir stehen immer noch hier neben und ja, ich mache gerade mal das eine Ding hier gerade und wie gesagt, wir gehen rüber bzw. wir gehen erst kurz in die Heimat und werden diese 64 gleich mal da hinlegen. Jetzt gehen wir rüber in die Schafsucht. Genau. So, welcome back. Wir sind in der Schafsucht und wir müssen hier nach unten und müssen erst einmal vielleicht eventuell mal... What the fuck? Ah ja, pass halt, okay. Also da ist es definitiv nicht. Vielleicht. Ich muss erst einmal den Ding suchen, der... Mein Turtle. Das muss ja irgendwo noch sein. Keine Ahnung wo. So, ich glaube da ist es definitiv nicht. Vielleicht. Vielleicht. Aha. Ich denke mal da hinten. Oder auch nicht. Dann gehen wir mal da weiter. Schnauze da oben sind es gibt uns. Mal. Ah. Da ist der. Da ist der. Ach, leck mich doch. Irgendwas verfolgt mich doch. Ne? Stopp. Ja, viel oder nicht den. Tunnel. 75. Stadt. Ja, und. So, jetzt noch einmal. Tunnel. 75. Du gehst da rein. So. So. Ja, wieso dann nicht? Äh. Äh. Wieso? Tunnel. 75. Vielleicht so. Suchprogramm. Ja, wieso funktioniert denn das nicht? Was? Ist das Ding im Arsch oder was? Was mach ich denn? Tunnel. 75. Jetzt. Äh. Warum nicht gleich so? Ja, geh du mal da weiter. Ich geh. Ich geh da rüber. Dann machen wir mal in einem Dreierpäck sie da vor. Also irgendwas ist hier nebenbei. Der kann ja noch sagen, was er will. nicht. Ja, den ganzen Scheiß müssen wir halt mitnehmen. Ich kann jetzt auch nichts dazu. Das hat halt auch den Vorteil, dass man eventuell vielleicht auch mal ein bisschen Gold oder sonst nicht in so einen Scheiß findet. Beziehungsweise auch Eisen. Weil Eisen brauchen wir ja auch immer wieder. Äh. 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 Genau. Äh. Äh. So. Machen wir das nochmal so. So. Ich hoffe das war's mit dem Scheiß. Äh. Äh. Vergessen wir das? Äh. Äh. Ja. Dann müssen wir es halt wegmachen. Sollten wir auf Lava treffen, wissen wir wenigstens was wir falsch schmeißen können. Das ist natürlich alles Zeug was man nicht unbedingt wirklich brauche. Aber äh. das notwendiges Übel. Ja gut. Also äh. Gehe Kies sag ich ja jetzt mal gar nichts. Also das ist hier in Ordnung. So. Die müssen wir natürlich auch mitnehmen. Also hier blubberts ganz gewaltig. Ich denke mal dass ich hier jetzt gleich irgendwo auf Lava treffen werde. Ja. Das scheint wieder was größeres zu sein. Jetzt muss ich mal gucken. So. Wie zum Geier. Das ist scheiße ne. Weil ich da halt nicht runter komme. so. Ich muss hier jetzt so umschauen nicht dass ich da gegen brauche. ich würde sagen dass hier wahrscheinlich auch sehr viel gold oder sonstigen scheiß gibt oder lapix lazuli oder sonst was machen wir da einfach mal jetzt aus herumgraben wir gucken auf was wir schönes treffen natürlich kriegt man hier dann auch noch siehst du da hätte man schon kalt so so eine spitzhacke ist wieder mal im arsch das nehmen wir natürlich auch noch mit vielleicht sowas wegschmeißen wie diese drei alu dinge da die brauche ich sowieso nicht das nehme ich natürlich auch alles mit das gibt alles noch schön punkte ich brauche noch einmal 30 dass ich endlich meine diamantrüstung fertig habe ich brauche dann auch irgendwann den diamant helm der hat ja atmung drei drauf das heißt wenn wir dann irgendwann das unterwasser labor anfangen sollten werde ich denn definitiv brauchen unser gold haben wir ja hier schon gefunden das war ja hier direkt hier neben irgendwo und das bestätigt mich dann wieder in der tatsache hier ist lava da ist erde also ist irgendwo diamant gold oder lapix lazuli und ich hatte wieder mal recht das nehmen wir natürlich alles mit euch das was wir jetzt verbraten an kohle das ist ja schon einiges also das darf man natürlich auch nicht auf die leichte schultern nehmen sehr schön dass es so viel eisen gibt hier neben das finde ich super aber uns geht es natürlich in erster linie um den bruchstein weil ich ohne bruchstein kriegen wir natürlich die ding mit fertig kriege ich mir die tribüne vom stadion natürlich nicht fertig das ist aber ich sage hier immer wieder wenn sich die möglichkeit ergibt und ich habe keinen bocken neue grabsteine zu bauch muss aufpassen tankst du das das müsste man mitnehmen also da geht immer gar nichts dran vorbei weil ich davon haben wir wirklich nicht besonders viel also den musste ich mitnehmen also sorry aber so die zwei nehmen wir natürlich damit da müssen wir lang und dann darüber da hinten ist auch wieder so während ich hier abbaue gibt es was neues zu erzählen und zwar ein neues game wird bald kommen ich habe es schon gekauft angefangen habe ich es noch nicht es wird auch eine weile dauern bis ich da mal irgendwann das erste video hochstelle deshalb ein bisschen geduld es ist ein horror game wie outlast aber dazu irgendwann mal mehr wenn ich mal angefangen habe mit dem spiel weil ich ich werde dann auch wenn ich das dann anfangen hochzuladen wird dead by daylight natürlich dann eine kleine pause einlegen dass ich nicht vier oder fünf stück auf einmal habe wo ich hier aufnehmen muss ich habe jetzt hier schon das minecraft und wenn ich dann jetzt auch noch das neue spiel plus dead by daylight das waren ja vier vier stück also das wäre ein bisschen euch viel auf einmal so wir haben auch schon wieder elf gold gefunden das ist super also wie gesagt ich kenne dieses neue spiel nicht also was heißt neu es ist älter schon aber vielleicht bin ich ja zu blöden und raffst du nicht oder sonst die ich immer so da kommen nicht weiter dass sonst was von daher ein bisschen geduld also ich weiß nur dass es verdammt lang geht das spiel also so viel war sich auf jeden fall weil ich nämlich bei anderen leute geguckt habe wie lange die gebraucht haben um das spiel zu spielen beziehungsweise wie viele videos die aufgenommen um die alle teilweise also das wahnsinn ich frage mich warum tja ich denke mal wir lassen das jetzt mal hier ich gehe mal rüber schaumel nach was mein turtle hier macht und in der zeit könnte man hier natürlich auch noch das noch dazu nehmen ich weiß da oben ist ja die mine so hier wird es langsam verdammt dunkel würde ich sagen das was wir möchten hier mal eine fackeln von dem scheiß hämmer genug das lassen wir mal schön hängen okay es gibt punkte scheiße ich habe gedacht das wäre diamant okay ist in ordnung so wenn man natürlich jetzt das einzelne zeug dann raushauen was man ja überhaupt nicht gebrauchen können hier wird es euch euch dunkel die nehmen wir mit das gibt punkte ach so ja den brauchen wir nicht wir machen schön weiter mit unserer so die spitzhacke ist auch gleich recht das hast mir hinten dann noch immer 64 punkte frei platz für 64 steine die 64 punkte also wie gesagt diese kröne diese monatsit dinge die lassen wir mal hängen da hinten ist auch schon schluss ich sehe schon das mining turtle na super jetzt kommt da auch noch na das ist ja nicht volle wurst na das ist doch mal das ist doch die krim extra machen wir mal nochmal ein Funsel hier also es ist ein bisschen dann hat es ist auch oder ja weil ich jetzt gerade den endermann hier höhe also wir brauchen ja auch irgendwann einmal eventuell vielleicht einmal die ding die sagt was der dieses portal zum ende tragen das heißt das heißt für uns folgendes dass wir definitiv irgendwann noch einmal ein paar endermann erschlagen ich glaube das bootige haben wir ja schon und 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 das möchte mir wenig das heißt für uns eigentlich nur wir können noch ein weiteres ding mitnehmen so die sechs stück brauchen wir überhaupt nicht noch irgendwas was man da lassen können den scheiß lassen wir da den scheiß lassen wir da silber oder thomas die mal da rein ja dann nehmen wir mit so ich würde sorgen das leckt mich doch so jetzt ist es voll jetzt ist es voll so das heißt passt auf mir mache ich hier mal kurz den wegpunkt denn ich dann wieder weg machen werde machen wir einfach mal so jetzt gehen wir aber erstmal nach hause und laden mal alles ein sehr schön und vor allem ich sehe gerade wir brauchen auch definitiv neue spitzhacken und ja wenn wir das noch einmal machen da kriege ich monathing wieder voll so siehst du mal ja schon fast drei reihe voll von dem dinge hier das ist hier der arme äh da müssen wir her ach so das lädt noch gut ist in ordnung nehm ich mit nehm ich mit wir tun unser gold hier rein und unser eisen hier rein das läuft noch auf einmal gut 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 so ich sehe gerade wir haben schon wieder 25 minuten aufgenommen würde ich sagen wir machen den scheiß hier gerade noch fertig mit lifts pulver das heißt die müssten da sein jawohl ne 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 uranium so ich habe hier noch was 64 blöckchen mäßig so dann hätten wir jetzt nur noch dieses leben dieses ding obwohl ich sehe gerade die fuzis haben wir noch redstone haben wir noch es ist zwischendurch so das kind dorthin schön wenn die zwei ich was fertig wir sind zwar sehr schön da warten jetzt gerade noch bis das ohne gold fertig ist es gibt dann auch wieder punkte also wie gesagt wir brauchen ja noch diese letzten 30 punkte bevor man wieder irgendwelche waffen hoch machen können dann schmeißen wir mit neu das wird gewaltig punkte gerade gegeben das ist ja schön wir sehen warum ich denn mit genau wie es jetzt hier ich habe nur zwölf das ist der grund warum ich mit dem habe unbedingt silber 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 gold das wird mir aber nichts ich brauche brauche ich nicht so dieses sechzehnt schnappen wir uns gibt es sowieso keine punkte dafür das ist sowieso der größte witz früher was glaube ich muss so dass man wenn du alles in den ofen geschmissen hast du wenigstens gelohnt noch punkte für gekriegt also diese erfahrungspunkte und jetzt kriegst du gar nichts mehr das ist ein witz das ist ein witz ich wollte es nur gesagt haben so hat sich wenigstens gelohnt so da sind es noch 17 stück haben wir dann sogar noch übrig hier haben wir noch sieben da sind es noch sechs ja ich würde sagen wir machen hier jetzt erstmal wieder ein cut rein weil wir haben fast eine halbe stunde voll und ja ich bedanke mich wie immer fürs zuschauen das war nummer 58 und im nächsten video geht es weiter mit dem auffüllen unserer bruchsteine und äh dann werden wir mal zusehen dass wir die tribüne links fertig kriechen und eventuell schon die nächste dann anfangen aber das werden wir dann sehen wenn es dann soweit ist bis dahin bedanke ich mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal und LISA broives koll 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 あっ Williams koll り fortable koll Parks Vielen Dank.